Willkommen in diesem äußerst schicken Ford Transit Custom Trail in der Länge L2. Herzlich willkommen im Auto aus Wismar. Der Euro 6 Diesel erfüllt die neuesten Abgas- und Umweltvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuern garantiert. Die großen und anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Doppelflügeltüren hinten und eine Schiebetür rechts erleichtern das Beladen. Im Laderaum gibt es einen Vinylboden und eine seitliche Verkleidung, ebenso wie eine Durchlade unter dem Sitz. Schicke Leichtmetallräder unterstreichen den Charakter. Und denken Sie auf an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Fahrlersitze bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Custom schützt Sie rundum mit ESP, Airbag, Nebellampen vorne und der heizbaren Frontscheibe. Die Klimaanlage sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio gehört auch ein Kommunikationssystem Sync. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken und äußerst praktischen Ford Custom Trail und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie immer viel Spass haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne mehr. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie dann einfach Probe. Das Team von Wiesmann freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Wiesmann freut sich auf Sie.